Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fortnite Battle Roller Royale 5 vs 20 oder 5x20 Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir versuchen jetzt noch mal heute wieder zwei Runden zu machen. Wo wollen wir meine Leute wieder hin? Da hin. Ich springe euch wieder die falsche Richtung. Ne, das meine ich. Ja, wie gesagt, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Am Anfang natürlich wieder... Gute ist, dass die Teams immer relativ alle naheinander und es gibt immer relativ wenig. Aua. Oh Gott, was sagt nicht? Ich glaube nicht, dass hier einer ist. Mir fehlen einfach mal fucking Kills, ey. Okay, draußen wird geschossen. Das ist ja doch jemand. Oh, scheiße. Ganzes Team ist außerhalb. Oh, hallo. Oh, hallo. Ich muss los. eigentlich wird in die towers gelandet sein sie dürfen natürlich auch immer gerne mal tipps die kommentare schreiben wie ich mein gameplay hier verbessern kann bisher kriege ich ja immer heftig auf die fresse ich muss mehr bauen aufgefallen ist gar keine materialien habe ich habe auch noch keinerlei kisten gefunden ja Ist aber schön, dass ich immer die ganze Munition und Waffen für alle anderen zusammen loote. Ist aber sehr nett. Bin echt sozial. Okay, hier war schon einer drin. Oh nein. Oh, wieso ist die schon wieder schneller als ich? Ich dachte, die erste ist immer langsamer. Ich werde es nie lernen. Ich werde es nie lernen. Boah, wir haben alle Schaden. Wo sind die alle? So, jetzt gehe ich mal als Twell zu meinem Team. Alles andere ist mir gerade scheißegal. Hier war auch schon jemand drin. Loot Goblins. Oh, Tilted Tower ist voll drin. Komm her, es ist ein Golem. Was soll denn da? Oh, du Wichskopf, ey. Was für ein Spasti, ey. War nicht für dich. Das ist echt mies, sowas. Nein, geil. Irgendwie fühle ich mich mal. Wir haben noch... Wir sind noch zwei 15er-Teams. Ne, ein Gegner-Team ist wir. Also ein Team sind ja wir. Ja. Ein gleich starkes Team. Die sind wahrscheinlich Tilted Towers. Da müssen wir mal ein bisschen farmen jetzt. Okay, die Schüsse sind zu heftig. Was machen die denn? Warum ballern die denn so dumm rum? Oh, ich mache mich mal. Hey. Ich kann das doch mal alles. Okay, das ist doch mal alles. Vielen Dank. Vielen Dank. Dass ich gleich tot bin. Ich hoffe, eine Scar oder sowas zu bekommen. Okay, jetzt zum Team. Ich glaube, auf mich wird geschossen. Wo sind die hier? Ich habe noch keinen einzelnen Gegner gesehen. Da kommt einer. Oh, 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 oh. Wow, das hat wehgetan. Oh, 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 oh. Ich stehe jetzt hier nicht doof. Was sind die denn? Die werden da auch so rumgehen wollen. Das ist so strange hier. Ich habe noch nicht einen Gegner gesehen. Ich überlebe ich ja diesmal da. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Was ist das? wir sind auf dem berg und das heißt eieieiei das wird übel für die die bahn ist natürlich gleich hier hoch ich habe noch keinen einzigen gegner gesehen doch gesehen schon aber es leben noch drei Okay, kann man es machen. Epischer Sieg. Das erste Mal gewonnen. Und ich habe nicht einen Kill gemacht. Gut, mal liegen. Wir machen mal noch eine zweite Runde. Ja, wir kommen zurück. Okay, wir wollen also da hin. Ich bin nicht so weit weg von meinen Mates. Nein. Oh, komm, scheiß drauf. Mal ein bisschen Action haben. Oh. Oh, ich bin da voll mal einmal drin. Du musst eine Auto-Shotgun. Einmal ein bisschen Glück gehabt, dann werde ich wahrscheinlich gleich elendisch sterben. Aber hier ist doch eben einer mit runtergekommen. Okay. 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 gefährlich, was ich mache. Sollte ich mal... Ich werde immer jemanden killen. Es muss doch einfach Spieler geben, die schlechter sind als ich. Nicht viele, aber ein paar gibt es. Das weiß ich. Dem bin ich ja schon begegnet. Hier war noch keiner. Okay. 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 So, alles was ein Slot braucht, nehme ich nicht automatisch auf. Alles was kein Slot braucht, wie Munition. Naja, lass mal liegen. Ah, scheiß Zone. Es krieg's kotzen jedes Mal. Ah, ich hab den Slot dabei. Ich vergesse es jedes Mal. Ups, Entschuldigung. Renn, Junge. Wo sind meine Mates? Da unten alle, Loot Lake. Das heißt, ich bin hier relativ alleine hier oben. Vielleicht im Park wird das 7er Team sitzen. Das wird heftig werden gleich. Das ist jetzt eigene Knie geschossen. Hey. Sachen gibt's. Und da unten drauf. Und da unten drauf. die werden irgendwo in heute ich nehme noch vier aber da kämpfen zwei teams gegeneinander weil die igor blablabla ist keiner von mir der werde blau markiert sein was er dumm finde weil warum sind die nicht grün markiert weil meine eigenen leute sind markiert so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020